Wie mache ich aus Ablehnung Abschlüsse? Wie mache ich das aus Ablehnung Abschlüsse? Und ganz vieles ist wieder das Mindset, ist die Einstellung. Und aus den 80er Jahren habe ich an einem Seminar gelernt. Ich weiss gar nicht, woher es dieser Trainer hatte. Und er hat eine schöne Formel aufgeschrieben. Ich habe mir extremst Eindruck gemacht. Die Formel beginnt mit N, mit I, ich meine E, dann I und dann N. Also N, E, I, N. Wenn man das schaut, das heisst, das da heisst Nein. N, E, I, N. Nein. Und was er dann super gemacht hat, Nein. Und viele Leute, wenn die Nein hören, sind die blockiert. Die wissen dann nicht mehr weiter. Und er hat gesagt, wenn jemand Nein sagt, ist es kein Nein. Ja, es ist überhaupt kein Nein. Das ist nichts anderes. Der noch, der braucht noch ein Impuls nötig. Noch ein Impuls nötig. Und das hat mich in den 80er Jahren, ich war der blutjunger Verkäufer, hat mich das extremst motiviert. Ja. Und jemand hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Sachser, das behauptet jeder, was Sie da sagen. Ich habe mich erinnert, noch ein Impuls nötig. Ja. Und wenn es nicht behauptet wird, sondern eingehalten wird, machen Sie es dann. Ja, wenn es dann nicht so ist. Und wenn es dann so ist. Dann wäre es schon interessant. Wäre es interessant oder ist es interessant? Es ist interessant. Ja, dann geht es ja darum, dass wir starten. Jetzt, wir könnten starten ungefähr in vier Wochen. Ja, dann Montag. Ja, ist pass am Montag. Und das hat mich geflügelt. Das heisst, wenn irgendetwas ist, einfach einen Impuls geben. Das war jetzt einfach eine Methodik, die ich da jetzt verwendet habe. Die Methodik Wünsche verwandeln. War das. Es gibt ja 20 andere auch noch. Aber wichtig ist, wenn etwas ist, noch ein Impuls nötig. Ja. Gib mir den Daumen, wenn dir der Film gefällt. Aktiviere die Glocke oder das Abo. Und deine Fragen, ja, deine Wünsche, deine Kommentare, vor allem die Wünsche an die zukünftigen Filme, schreib sie doch unten in die Kommentarfunktion rein. Und so sind wir in Kommunikation. Ja.